willkommen meine lieben da draußen hier ist und es geht ja da sei noch mal jetzt echt gespannt ob das was wird oder ob das nichts wird alles klar wir hatten jetzt eine schöne schöne matches gemacht alles klar ich muss mal ein bisschen achten hier ich habe schon gesagt, dass die Superstars einen Finisher brauchen, den sie zu allen ein ganz normales singen match ja jetzt ist ganz gut das bringt uns wieder nach vorne das war schlecht gemacht hat bringt uns definitiv wieder nach vorne wir lassen jetzt erst mal den dritten von bisschen taktisch auf jeden fall erst so okay er gibt klar so wir können uns nicht raus wollen ja mal gucken wie das wird den haben wir schon mal gekontert oh man woher die trappe da raus jetzt sind wir jetzt sind wir drinnen jetzt haben wir ihn danke bei john cena sagt da ist der erste muss ich bin hoch und dann machen wir noch ein schönes so und jetzt kommen wir uns erstmal ausüben lassen wunderbar ich bin jetzt ein bisschen ruhiger weil irgendwie will ich das hier gewinnen die superstar der raster ist in der back to see what's one of these guys victorious sondern jetzt machen das ist mir egal Ich weiß nicht, ob ich hier bin, aber ich weiß nicht, ob ich hier bin. Ahhhh Geh mal Geh mal Sauber Jawohl Komm schon, ich mach hin Jawohl, bitte, bitte, bitte New Champion Hier wohl, hier wohl John Cena sucks John Cena Yes Geil Es hat scheiße angefangen, aber es hat gut geendet für uns Ich bitte Ich bitte